. Florian Harnberg vom seiner Severstorp, Grund weil Erneuer sinfulweise an 디자 fouling. Hier wollen wir sehen, was du hast. Verstanden, komm mal. Hier, Florian Hartberg, Ende. Der Meister ist schreit, aber ich. Der war schreit auch, gell? Ja. Soppa, jetzt ist das Trinken auch schon wieder laut. Wie schaut das Bein aus? Oh nein. Der hat noch was. Die Zeit war da. Soppa, wer bringt uns jetzt was? Wer hat mir mal einen T-Shirt? Ja. Neues! Neues! Trinken! 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 Bleibt denn da was? Ja, das ist ja was. Ich hab auch nichts mehr. Da hab ich nichts mehr. Der T-Shirt hat auch. Ich hab Zeit. Aber ich hab Zeit. Aber ich hab mich nicht dabei. Ich hab mir gerade gespült. Oh! Hey! 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 Oh! Oh! Nachschuft! 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 So, dein Hund! Nachschuft! Oh! Obst du sie werfen will? Ja, ich mag doch nicht abstehen von mir. Der Mann bleibt. Und sie? So ist er. So ist er. ира, der Mann bleibt. So ist er. Woos! 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 Also, wenn's du nicht frei warst, dann wär mir völlig verdurcht. Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Vorderstaf für die Nominierung. Wir sehen, mit der Jausen wird es leider nichts. Wir nominieren die Feuerwehr Miesenbach bei Birkfeld, die Feuerwehr Wildalpen und die Feuerwehr von der Buntigammerbrauerei. Die Spülregeln können zu 48 Stunden, ob es Zeit ist, drehen wir ein Jausen und ein Trinken bei. Danke! Prost!